Alter, sie haben einen schlechter Horrorfilm. Ist das das nicht? Ne. Ist Minecraft nicht ein schlechter Horrorfilm in der Nacht? Nein. Nein, das ist kein schlechter Horrorfilm. Doch, es ist ein schlechter Horrorfilm. Nur fünf Herzen. Boah, Küper, und der wird sich nacktlich zwei, dreimal weg. Na, reck doch einfach mal. Nein. Hey, ich will einfach nur noch Level 3 sehen einmal machen. Und ich will, dass du stirbst. Ich schaff hier sogar. Oh, Küper, bleib da mal ein Loch drin. Du gefällst mir, wenn du da unten in den Löchern drin bist. Boah, wo kommt das denn jetzt her? Da. Warum willst du eigentlich, dass ich immer sterbe? Da oben, weil es schön ist, wenn du stirbst. Ne. Ja, damit ich meine ganzen Level verlieren, ne? Ja, und deswegen auch. Ich bin hinter mir, direkt weggenockt. Hi, Zambi. Boah, ich hab Angst, wenn hinter mir irgendwas auftaucht. Ja, Creeper, verpiss dich, verpiss dich, verpiss dich, hab ich gesagt. Verpiss dich. Tschüss. Tschüss. Soll hoch, Creeper. Action. Ja, nö. Ich bin auf die Zombies rausgegangen und dann kam der Creeper angeschissen. Es hat auf jeden Fall was. Und dann bin ich rückwärts gelaufen und hab den in der Maschine angeschossen. Der Boah von mir an. Ich hab dir ein gutes Schwert. Mach dir ein gutes Dir-Schwert. Ja, kann ich auch so machen, aber der Zombie hat den nervt. Der Zombie war im Weg, deswegen. Ja, deswegen freu ich. Eigentlich hat Knockback ja einen Vorteil, aber da müssen nur noch Schärfe drauf sein. Dann wär's geil. Wer für gibt es? Was für eine Stufe? 5, glaub ich, bis 5. Ben hat ja auch, glaub ich, 5, weil Stufe 4 hatte ich gerade. Hab ich ja drauf, Ben. Ben. Ich glaub, er hatte mal Rückstoß bis 3. Hallo, Ben. Loot bis 3. Schärfe bis 5. Haltbarkeit bis 3, glaub ich. Pass auf, das wollen wir überlegen, dann kommt nicht los. Alter, wenn ich jetzt... Ich darf nicht reden und... Nee, das geht nicht. Ich darf nicht reden, laufen, spielen. Ich darf... Nein, 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 nein. Mir liegen so viele Erfahrungspunkte. So wie im Nether, ne? Wir unterhalten uns und zack, was mir dann wird tot. Ja, da war einfach ein Lava drin. Achja. Das ist auch schlecht. Bin jetzt schon wieder Level 28. Hast kein Multitastic, ne? Nein! Und wenn Multitastic noch heißt, dass wir gleich wieder 4 Creeper verfolgen, nein. Doch. Wie viel haben wir hier? Oh, da hinten ist noch ein 5, da unten ein Zombie. Tschüss, Skelett. Oh, da unten ist auch noch... Nein, da. Ach, toll, die Spinne... Ja, du guckst in diese Creeper-Löcher rein, ne? Creeper, 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 Creeper. Ob da Creeper spawnen würden, einfach automatisch. Also die Spinnen brauchen in Fall nur einen Schuss. Die Skelette 3 und die Kupers 2. Ah, die Creeper. Also die Spinnen, wenn ich komplett spannen, brauchen die. Nein. Ach. Und wenn nicht, dann 2. Die Spinnen, die klatsch ich auch zur Not, gehe ich mit dem Schwert weg, das ist uninteressant. Baaah, du Scheiße. Ne, diese Löcher werden immer größer. Die Löcher von den Creepern. Ich habe nachher so eine Kraterlandschaft in der Wüste. Mann. Du bist ja einer. Bauen, Schall ist die schöne Gegend. Mann, Mann, Mann. Aber ich habe schon wieder eine Schallplatte, wusste ich gar nicht. Hey? Ja. Das ist geile bei ihm. Ich stand da ein Skelett. Bewechsige mit der Maschine. Da habe ich auch noch eins. Das hast du gar nicht gesehen. Ja, das ist Magic. Die sind so gut hintereinander standen. Wir haben das aus Tarnung gemacht. Wie, es wird ja schon wieder Tag. Nein, und jetzt ruckelt es. Vor allem, es wird schon wieder Tag und auf der Uhr wird das gleich Nacht angezeigt. Und es ruckelt. Ah, jetzt geht das schon wieder los. Komm her, zum Beispiel. Hi, Enderman. Hallo? Okay. Aber erst mal die Spinnkirchen. Okay, es hat wieder aufgehört. Nie wie ein Wunder. Na ja, ich vertraue der Sache nicht so ganz, wenn sie einmal ruckelt haben. Hi, Enderman. Enderman. Stiff. Oh. Bist du tot? Ein halbes Level, ne, ein Viertel Level noch. I don't know. Ein Viertel Level noch, komm schon. Hi, Enderman. Der Blöcke. Bado Chassis, komm her, steh. Obwohl, ich könnte mal... Oh. Einfach mal den wegboxen hier. Gestorben und dann stand damit einmal der Headblock wieder. Oder der Sunblock, ja gesagt. Ich bin Level 19. Bin gleich Level 29, aber tot. Ja, dann stirb. Tschüss. Und ich weiß, wo der Enderman herkommt. Alter. Ohne Witz Enderman. Komm, einmal noch. Boah, komm, komm her, komm her, komm her. Komm, nochmal schlagen, dass du hier bist. Komm, schlä, 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 schlä. Komm her, komm her. Bitte, bitte, bitte. Das sie doch einmal schlagen. Jawoll. Level 30, nice. Geh wieder nach Hause. Mann. Heute hast du kein Glück, dass ich sterbe. Heute nicht, Centos. Aber vielleicht beim nächsten Mal. Gleich, wenn auf der Uhr Nacht angezeigt wird, ist es hier Tag. Oder es wird schon Tag. Oder es ist davon abhängig, dass es einfach links das ist. Warte mal, guck da einfach mal auf die Uhr drauf. Keine Ahnung. Oder es ist hier links die Anzeige ausgeben. Nee, das wäre doch scheiße. Nee, das ist es aber nicht. Oder kommt das so an, wie man das craftet? Um welches Zeit? Keine Ahnung. Nein, wo habe ich die Turfen gemacht? Aber wenn ich sehe, dass das wieder zählt wird, dann wird das gewonnen. Also, wenn du das erstmal weißt, dann ist das egal eigentlich. Das heißt, dass wir die restlichen Sachen abhängen, die ich gerade gekriegt habe, für T-Shirts, Viecher und weiterfahren. Und diesmal nehme ich mal eine Schaufel auch mit. Weil ich ihn vergessen habe. Ich habe eine Schaufel vergessen. Oder wo du schaffst es. Du schaffst alles. Weiß. Ich schaffe auch auf Pissful zu stellen. Pissful? Mit einem Bein, wo der Wizard da war. Ja, genau. Ist auch die Härte. Mit dem eigentlich wollte ich ja nur auf Easy stellen. Weil wenn du ja so umstellst und nicht rausgehst, also rausgehst, dann auf Easy, dann bleiben die ja. Ja. Aber wenn du vor Pissful machst, dann nicht. Dann ist es scheiße. Ja. Obwohl hier wieder Bögen zusammenköften. So. Ähm. Gucken wir, ob die Kühe wieder packen können. Meine konnten gerade wieder. Ja. Der alten Rammler, die. Bogen oder Schwimmer. Ach nee. Was mache ich jetzt? Ach komm, ich mache die Rüstung ohne Witz. Wünsche mir Glück. Ach nee, machst du eh nicht. Mache ich auch nicht. Bam. Feuerschutz 4 und Haltbarkeit 3, okay. Ihr sollt alle poppen. Poppen. Kann man, kann man, kann man akzeptieren. Feuerschutz. So. Jetzt kann keiner mehr poppen. Zur Not kann man die zusammenköften. Oder? Sag, sag, die nicht. Sind sie fertig? Die. Die. Die, die, nö. Die. Die beiden. Also langsam ruckelt es mir zu stark. Jetzt fängt es wieder an. Ja, jetzt hat es wieder angefangen. Ja. Ist aber so lange nicht, ne? Ne. Normalerweise ist es ja anderthalb Stunden immer ruckli-ruckli. Ja, sind auch anderthalb Stunden jetzt. Naja. Ne. Sind schon fast fertig, zwei Stunden. Sind ein bisschen mehr als anderthalb Stunden. Ich weiß nicht, woran es liegt. Keine Ahnung. Du sehn ja. Schweige nach 8 FPS. Und der verbraucht halb Gigabit Arbeitsspeicher. Es liegt irgendwann Java. 5% benutzt er bei mir. Naja. 6%. Von 30 FPS. Ja, es geht in 30 FPS. Ne, ich hab gerade 7. 7, 6. Ja, geil. 8. Das ist so schön. So kann man noch echt meinen Kopf zocken. Ja, mit 8 FPS. Hm, klar. Wo lebst du? Es geht, wenn du anbaust, ja. Hm. Aber nein. Dirt, 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 Dirt. Ja, gleich haben wir da ganz schön zwei Stunden Sparks voll. Ja, zwei Wochen Ruhe. Ja, zwei Wochen. Kommen wir, glaube ich, noch vier. Ja, Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag. Ja, du hast ja so auch noch mehr. Ja, ich hab auch noch, so hab ich, glaube ich, noch vier Stück. Und ich hab ja vom letzten Mal, also was jetzt bei euch wahrscheinlich da, nein, ja, die Leute, die das jetzt sehen, da haben, was jetzt eigentlich noch haben, haben die dann schon gesehen. Ja, gut, ich muss heute machen, weil heute kommen meine letzte Folge, die ich noch oben hatte. Hm, und da heute muss ich ja hochladen. Aber hab dann noch vier Folgen. Okay. Das wäre Asian. Ja, hochgeladen hab ich ja schon, ich muss nur noch Binnen nennen. Und was ist da nicht? Ich weiß nicht. Zu faul, ne? Ja. Momentan ja. Wie gesagt, weil ich mit auf den Server baue. Ja, und dann gehst du einfach mal eine halbe Stunde und machst einfach das für dich. Eigentlich, ja. Ja, normalerweise musst du es auch machen. Ja. Kannst du ja deinen Kanal nicht schleifen lassen, nur wegen einem Server. Nee. Mach ich eigentlich auch gar nicht. Doch, sieht man ja. Das machst du. Eigentlich. Eigentlich. Letzt mal. Vielleicht nicht so. Ei, ei. Ei, ei. Ich hau dich gleich. Mann, witzig. Ich komm nach Hamburg und trau dich einfach. Mann, blau. Und jetzt hab ich schon wieder 30 FPS. War doch nicht laut. Nein. Nein. Ei, ei. Boah, ich bin Centos, erher auf damit. Das macht einen richtig arg hoch. Kann das noch lauter sein? Nein. Ei, ei. Ei, ei. So. Weißt du was? Centos? Du bist voll leise grad. Ich hab's aber übertrieben ab. Äh. Aber er müsste dich so langsam wieder hochregeln. Ja, so langsam bist du wieder lauter. Ja, so langsam. Nein, da ist Lava. Und jetzt bist du wieder genau der Gelausstärke. Jetzt hör dich mal in Zwischau auch wieder. Die hören mich immer gut, weil ich so geil bin. So super geil. Super sexy. Super sexy. Oh, mit Stone. Ne, fertig. Und schon wieder 100 Euro kassiert. Ja. Ah, YouTube Money und so, ne? Any YouTube Money? YouTube Money. Ja, das wär, das wär schön. Wär ein YouTube Money? Ein bisschen. Ja, es gibt ja Leute, die machen das einfach nur extra wegen YouTube Money. Dann nimm ich aber keine Namen. Und wie gesagt, das wär schön, ne? Aber, muss ja nicht unbedingt sein. Nein. Jemand denn? Ja, du Cheater, ich will auch wieder welche haben. Eins, zwei, drei waren das aber nur. Na, ist langweilig. Langweilig. Elf Stück hab ich wieder. Dadurch. Ich hab nur noch einen. Oh. Ich hatte ja gar keine Vorhung mehr. Ja, du verbrauchst die auch ständig. Ich ja nicht. Ja, nicht wirklich ständig, ne? Aber ständig, ständig vielleicht. Ah. Dunkel. Dun, dun. Dun, 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 dun. Bah! Schon wieder Eis. Was ist jetzt schon wieder? Fuck. Wo kommen die denn jetzt hin? Hast du in deine Hose reingeguckt? Ich erschrocken. Ah. Wer ist das denn? Ah. So was hab ich. Mit einmal. Ich hab...